Kennt ihr diese kleinen Fusselhaare, die man hat, wenn man seine Haare frisch gewaschen hat? Anscheinend gibt es dann einen richtig geilen Hack. Ich habe meine Haare auch gerade frisch gewaschen, auch schon geglättet, aber trotzdem habe ich hier noch unendst viele Fusselhaare. Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Pinsel genommen, der mir nicht so wichtig ist, weil logischerweise verklebt er ja danach. Streich ich das einfach hier drüber und das funktioniert. Leute, seht ihr das? Und ich finde, das ist halt richtig geil, weil ich habe zum Beispiel super feine Haare und damit sehen die halt trotzdem noch voluminös aus. Also der Hack ist auf jeden Fall absolut approved. Leute, das sieht richtig gut aus. Oh mein Gott. Das ist jetzt sogar ein Haarspray, was gar nicht so einen krassen Halt hat. Also das ist halt zwei. Das ist halt eigentlich nichts und es funktioniert trotzdem richtig gut. Ich probiere das jetzt mal mit dem Sprühkleber noch aus. Oh wow, jetzt würde ich den Pinsel danach auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Aside in your wall, direkt 20 Pickel. Das ist schon krass. Seht ihr, hier steht einfach nicht ein Haar mehr ab. Wenn ihr eure Haare auch glättet, dann müsst ihr das dann noch so über den Rest streichen. Guckt euch mal an, wie meine Haare aussehen. Probiert das aus. Schreibt mir dann unbedingt in die Kommentare, ob das bei euch genauso gut funktioniert.